Läuft. Dann geh ich mal da hin. Mission starten. Alleen konnte ich nur Gruppensuche machen und direkt starten. Und dann hab ich auch keiner gefunden. Ah, ok. Dann können wir das schön zusammen machen. Machen wir da rum. Gut, ich glaub du bist ja der Ernsteste der, wo die Mission in der Tat hat. Auf diesem ganz großen Planeten. Naja, das kann natürlich sein. Hm. Äh, ja, aber... Naja, war vielleicht auch ein bisschen früh. Ich glaub das war morgens um sieben oder so. Naja, Trüttel, da schläft jeder. Oder schafft. Schloft oder schafft. Naja, kann ich ja nichts mehr. Ja. So, jetzt mal der Placing wieder ganz leise. Hm. Jetzt wird sie nur das Traum werden. Ach die, ok. Ja. Dann zieh da mir T-Shirt ein. Ich hab mich ja echt rumgezogen hat eben. Eigentlich hab ich ja eh... Ja, das ist scheiße. Ich weiß nicht, warum er jetzt schon wieder das Zeug da anhand hat. Ich finde es aus wie Penner. Ah jo. Ja. Ist meinem Geld weiter angepasst. Ah. Ja. Kann man nicht so luxus für Klamottenleiche wie du da oben anhalten? Ja. Ja. Ich bin eh... Der Shoppingmeister. Ich muss immer karven wenn Klamotten da sind. Und so viel geht hängen da, ne? Sehr schön. Geil. Da hängen so viel Wolken wie bei uns im Saarland. Ja so sieht die Hände bei uns auch ungefähr aus. Ah. Aber Jan war. Und das ist nur Tränen. Ja. Warte mal Sekunden. So. Jetzt hat er wieder das Outfit, was ich eh immer eigentlich ausgewählt habe. So. Gefe ich da so besser? Ja. Warte schon mal googeln. Bin ich so heißer? Jo. Ich will besser. So. Wir sind mal direkt Töter, oder? Ja ne. Wir sind mal direkt Töter, oder? Ja. Ich muss mal irgendwas... Ich muss mal irgendwas schlucken. Wie schlucken? Ich bin eher leer. Wie schlucken? Schlucken. Naja. Bisschen Power und so weiter. Oh geil. Das sind ne paar. Ist auch gut. Stimmt. Warte. Sag mal bescheid, wenn ich losgehe. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Ich bin soweit. Dank für was. Ich hab's aufgescheidig. Das ist die Decke. Hey, warum hat nicht aufgezeichnet? Warum? Ich hab keinen Kopfschuss hinkriegt. Ne, ich auch nicht. ich balle ich mir immer die abschiedsgrad wechseln die hau ich auf die fress wie geht das denn noch? scheiße ich bin tot ne noch nicht sag mal wir kann ich wir kann ich nein auf jeden Fall ich komme auch ich trottel ja wenn er es noch um den Dach ja ich komme wer ist schon noch? noch? noch lange brauche ich wahrscheinlich nicht gleich der Arm mit dem Pascal kann man sich irgendwann nicht mit dem André kann man sich irgendwann nicht anschleichen hm anschleichen ist scheiße dann lebst du wieder oder? ja sag mal wie kloppt man eigentlich nochmal mit welcher Taste äh Viereck oder? haben die ihr versucht? hat mit so jemand auch äh ja ich müsste jetzt machen wenn ihr mich was vorscht was jetzt hast die ich da träge das mache ich automatisch was ist das? oh ich wollte doch plündern ja scheiße was ist das? oh jo wir entscheiden wir uns nachher na ich bin ein Arsch na das haben wir schon gedacht ja ich war im letzten Level weil ich immer lieb und im neuen Level bin ich Arsch oh nächste Woche gehen wir eh zum Verbrecher stimmt mir kommt zwar auch nicht mehr drauf an na ja äh helfen töten komm mal die A töte dürfen wir ja nicht ne ne sie müssen wir ja mitnehmen glaube ich ja stimmt ich kann doch gar kein Dead-Eye machen ist doch noch irgendwas zum plündern ähm nicht dass ich jetzt Schublade durchsuchen naja hast du die gefesselt? ja haben sie schon auf der Schulabend ist wahrscheinlich eher ein Dämmraum hier irgendwas ja ja Pomade super oh komm mal jetzt kann ich noch blünder sein echt ich komm mal warte ist noch ein Nachtisch Kokain Kaugummi oh genau das riecht jetzt zeugt dich komm wir haben deine getötet ne aber die hat irgendwie gar nicht geschrie oder so das war scheiße ist ja in der Dings geht gar kein äh um Dead-Eye merke ich gerade wirklich kein Dead-Eye So, in der... in so einer Mission. Nee, geht jetzt tatsächlich bei mir auch nicht. Gell? Na? Ja. Ist mir gar nicht bewusst gewesen. Steig aufs Fahr. Warte, ich komme. Ich bin ja der Kameramann. Ja, ist hier nicht. Ja, ich sehe dich ja. Mach schon gut. Ich weiß nicht, wenn ich so eine Aufzeichnung. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir das schon mal gemacht haben, dass wir die Töte getötet haben. Ich glaube, der war bisher immer die. Das kann sein, ja. Das weiß ich gerade gar nicht, was da passiert. Das war direkt Töte. Willst du blindern? Nö, nö. Nö, für die zwei immer nö. 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 Die wollen sich nicht. Nö, 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 nö. Nö, nö. 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 Hast du den im Griff, Johanna? Ja. Warte zwei. Oh, das haut schon wieder mal auf. Mhm. Packst deine Johanna. Ja. Auf geht's! Ja. Ja. Schöne die Birne geballert. Oh, da ist aber gerade auch mit dem Baller. Wo bist du eigentlich? Ja, ich habe da vorne auch ein paar weggebirnt. Bei mir ist hier gerade so naheinander. Ok, dann warte ich mal auf dich. Ja. Wo kommt der? Pass ich nicht auf, da ist direkt einer hinter mir gewesen. Ja. Ja. Wie schön. Komm mal richtig schön. Nee, oder? Ja, da bin ich hier. Da haben wir beide aufs Gleiche geschossen. Ja. Oh! Wo ist er denn? Ja. Ah, da. Ja, da war noch einer. Er hat sich versteckelt. Ich glaube, ich hatte Farmer-Eerschuss. Ja. Ey, warte, warte, warte. Was ist denn das da? Mein Pferd hängt. Mann. Gut, gut. Gar nicht. Das liegt immer noch, da hat die anderen nicht mal geschwätzt oder so. Nee, ich weiß auch nicht. Der Mann hat nicht immer einen Notwege-Schuss. Hat schon gar keiner erwischt. Das war ja immer direkt tot. Außer, ich habe nur ein Schafel gehört. Wie hier eigentlich nur draufhängt, wie so ein nasser Sack. Der Lippi überhaupt noch? Die ist wahrscheinlich jetzt gefühlt tot. Ganz komisch. Ja, die müsste eigentlich weinen, ne? Ja, da sehe ich schon mal eins, dass er das gar nicht geliebt hat. Ja. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Klar, mich auch. Nee. Dann sind wir wieder zurück zu dem alten Sack. Ja, richtig so. On Guard? Oder? On Guard? Ich habe schon On Guard verstanden. Und das ist jetzt Uma. Ich verstehe. Ich verstehe, oder? Ich verstehe. Ohhhh. Jetzt heult's. Nee, jetzt ist es zu spät. Oh, das ist der glücklichste Moment der gesamten Leben. Das ist nicht so gut. Du musst trotzdem bezahlen. Ja, natürlich, natürlich. Mein süßes Liebe. Mein süßes, süßes Liebe. Es war nur ein großes Verständnis zwischen uns. Ich liebe dich, Terrence O'Dab. Ich liebe dich, wenn ich dich liebe, bis ich sterbe. Oh, sie ist deranget. Ja, sie ist deranget. Wie sie wir. Das geht nicht immer gerne? Guck mal, er hat die Fessel durchgeschnitten, oder nicht? Oder er hat nur die Fuß. Wahrscheinlich nur die Fies, damit sie nur noch mal... Ah. Oh, wir haben es gut entschieden. Wir sind Ehremänner. Jetzt liegt die Blästchen noch mal hoch. Hm, ich höre sie. Meine ist ganz schnell. Wahnsinn. Ich habe gar nicht gewusst, wie das gefühlt ist, leise zu zocken. Hopp. So, Belohnung. Da sind die zwei Luther. Luther Libra. Jetzt habe ich schon wieder das andere an. Obwohl ich das... Naja. Aber mir hat es das scheiße. Scheiße abgeschlossen. Ich muss schon wieder das andere anziehen. Oje. Gegner lautlos getötet. Null Prozent. Oh, hier lautlos. Scheiße. Ja, wir haben es erst weggetrickt. Die Steppe. Äh. Jo. Das war's. Ja, eine schöne Runde. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ich habe gerade Daddy. Ich habe Vögel abgeschossen. So. Jo. Danke. Ciao. Ciao. Aufnahme.